Hier ist die Crew. Wie fühlst du dich, wie fühlst du dich? Fuck, Mann. Ich spür meine Beine nicht mehr. Ah, ah. Okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Schlachtbank Beinpresse. Das Spiel geht so, man braucht zwei Trainingspartner, 10, 20 Kilo Scheiben auf jeder Seite im Optimalfall und sehr viel Schmerztoleranz. Man macht 10 Wiederholungen mit einer Scheibe, 10 Wiederholungen mit zwei Scheiben, 10 Wiederholungen mit drei Scheiben, mit vier Scheiben, fünf Scheiben, sechs Scheiben, sieben Scheiben. Das Ziel ist, 10 Wiederholungen mit zehn Scheiben auf jeder Seite zu machen. Und dann wird das Ganze wieder abgebaut. Also 10 Wiederholungen mit neun Scheiben, mit acht Scheiben, sieben, sechs, fünf, vier, bis ganz nach unten. Man darf niemals den Schlitten zumachen und man darf auch niemals die Hände an die Oberschenkel legen. Sobald man das macht, ist es vorbei, ist man durchgefallen. Ich glaube, an dem Tag habe ich es geschafft, vier Wiederholungen mit acht Scheiben auf jeder Seite zu machen. Dann war der Schmerz einfach zu krass und die Jungs haben wieder angefangen abzubauen. Also danach wieder zehn Wiederholungen mit sieben Scheiben, sechs, fünf, bis nach unten. Und es war ziemlich gut für mich. Ich habe ehrlich gesagt selbst noch nie zehn Wiederholungen mit zehn Scheiben geschafft. Also so weit bin ich noch nie gekommen. Und ich werde es aber weiter versuchen. Ihr könnt auch alle versuchen, wie weit ihr es schafft. Hier ganz großes Lob, muss ich an den Riccardo Rudel geben, mit dem ich ab und zu mal zusammen trainiere. Der hat es zum ersten Mal gemacht und sofort zehn Wiederholungen mit sechs Scheiben rausgehauen und dann wieder nach unten. Also 110 ziemlich schmerzhafte Wiederholungen. Großen Respekt. Ja, also zeigt, was ihr könnt. Markiert mich in euren Instagram-Posts oder YouTube-Videos, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr interessieren. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Bis zum nächsten Mal. secular. Die Jahre. Los. Besoppelse. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Geht aus. Geht aus. Geht aus. Okay. Okay, okay, okay. Go! Wir können das nicht mehr so machen. Was ist der Weg? Nein! Ich muss mich nicht mehr so machen. Das ist gut, das ist gut. Halt! Halt! Okay, das war das. Halt! 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 5. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 12. 11. 13. Schwiss! Komm! Schwiss! Komm! Schwiss! Schwiss! Schwiss, ich mache jetzt extra. Komm! Oh! Okay, cut! Tchao. Deko. Kschoof! Alter, easy, komm. Komm, weiter, komm. Komm. Komm, weiter, komm. Super. Oh, 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 oh. Gut, 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 gut. Fuck. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Easy, komm. Ganz einfach, arbeiten. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acht. Acht. Neun. Und jetzt ist es drei. Lass deinen Kopf hinten, dann bleibt deine Lunge auf. Eins. Zwei. 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 Einz. Zwei. Zwei. 1, 2, 3, 4, 5, gut, nur noch 2 mal, komm einfach, jetzt wird es wirklich einfach, 1, 2, 3, 4, man ist leicht jetzt, es ist nur Schmerz, es ist nur ein Gefühl, 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 komm, komm, schau gleich, schau gleich, es ist nur ein Gefühl, letztes Mal 10, schön langsam, es ist nur ein Gefühl, komm, 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 einmal, sehr gut, gut gemacht, Pain, pain, makes us or breaks us, I am thankful for every little ounce of pain that I had to experience, It makes me who I am, pain makes me feel alive, it makes me feel strong, unbeatable, because I'm just overcoming everything, I just, nothing can stop me, nothing will break me. I embrace every ounce of pain that I have to and had to experience, because it makes me who I am. Whatever life throws at me, I say bring it, bring it on. Bring the pain, I'll take it, grow from it, overcome it and accomplish whatever goal I have set for myself. I'm going to die, church with my old friend. I don't know. You call me my trouble, I'm like, how, �ts? I have to come away with me,commerce and eat. I have to take it, bring it on.